Hallihallo, moin, herzlich willkommen hier am Montag, am Montag, am Quatsch, Montag war gestern, Montag war Schontag, Dienstag natürlich, so heute Nachmittag 16 Uhr, eine weitere Folge vom großen Match Experience gegen Friesenjung und wir sind mitten in der Ernte, ich bringe diesen Drescher, Quatsch, was rede ich denn heute, ich bringe diesen Trecker mal kurz zum Hof, um ihn aufzutanken, und zu sehen, wo ich ihn dann als nächstes einsetze, und wie wir hier weitermachen, es gibt ganz viel zu tun, fangt schon mal an, sozusagen, so, er tankt auf, und wir haben irgendwo, irgendwo hier oben, hab ich doch einen, den, den meinte ich nicht, den meinte ich, ein 900er Vario stehen, mit dem ich auf Feld 44 wollte, überhaupt Feld 44 oder Feld 45, das große, ihr wisst schon, So, weil da will ich mal ein bisschen Verordnung sorgen, dass man da vernünftig mit automatischen Helfern drauf arbeiten kann, ich muss unbedingt, ein bisschen was einbauen, Oh, der MB-Trag steckt im Verkehr fest, das lassen wir jetzt mal dahingestellt, vielleicht gibt sich das ja wieder, vielleicht auch nicht, ja, ich habe keine Verpackung, da kann McDonalds noch so große Nachfrage haben, Boah, ist das ätzend da unten, ja, gucke ich gleich, ich will erst eben aufs Feld fahren, Wow, Feld 45 ist es nicht, Feld 44, Eigentlich könnte ich hier schon anfangen, ich kann eigentlich ringsrum, dumpf mal, zwei Vorgewände fahren, Ha, 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 sehr schön, So, aber bevor ich da jetzt weitermache, Gucke ich jetzt mal eben hier, mal meine Maus spielen, Ich glaube, ich will aufs Feld vielleicht, Ich glaube, ich will aufs Feld vielleicht, aufpassen dass wir das wieder an haben und dass wir vorwärts fahren ja und dann fahren wir mal vorwärts und verpassen dem feld einfach mal ein bisschen platz am rand das ist mein abfahrern besser passt mal gucken das wird schon werden zieht sich jetzt ein bisschen hin ist für euch vielleicht ein bisschen langweilig aber das möchte ich jetzt nicht mit cosplay erledigen lassen nachher habe ich hier irgendwie irgendeine schneise quer durchs feld und das will ich eigentlich das will ich haben sie los leer ja na dann aber jetzt erstmal alles haben eine million liter weizen über eine millionen liter weizen verkauft das ist doch nicht so schlecht ja ich habe gar nicht viel zu erzählen gibt nicht viel zu erzählen außer dass wir alle ganz gespannt auf und 20 november waren und ich habe in der woche keine zeit zum spielen das ist so ärgerlich so ärgerlich also für mich ich mache es los ich könnte mich maßlos ärgern aus es da nicht so spannend wie flügen oder so befürchte dass wir die ganze folge damit beschäftigt sein werden jetzt kommen wir hier schon mal zum ende ja 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 geht weiter hier hoch und das ganze muss man zweimal machen jetzt ja nix soll ja irgendwie vernünftig werden ansonsten das fleißig am ehren ich hoffe das reicht von der breite her zwei so bahn da wird schon hoffe ich da diese bodenveränderung weil es ist schon echt gold wert das ist echt was gutes so da vorne müssen wir dann mal von hand eingreifen einfach mal von hand so ein bisschen fahren ein bisschen schick machen schon mal umgestellt damit ich dann gleich sehe wo ich dann wieder direkt übernehmen kann so 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 match so 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 so